ok so schnell schlafe brücke checken da ist kein zeit ok doch zur not muss halt ohne mich ernsthaft also der aufzug ist oben rapi leider ohne uns die testkammer macht mich fertig probos macht mich fertig rebellieren ist was da hast du nicht richtig rein probos böse aus die wand wird weggelasert du müssen quer rein nicht gerade ja so er wird wieder nach vorne schießen komm ich mach was ich versteh nicht wie das geht ach so ja ok ich komm die treppe nicht hoch oh man jetzt brauchen wir etwa 100 versuche für damit es geklappt oder was es scheitert an der ausführung ich verstehe es ich hoffe dass er jetzt perfekt wenn ich weinig wenn ich dann lache ich nein endlich ich wollte lachen aber nein das war lustig interagiert als wolltet ihr es lösen es wäre das was es nicht ist kannst du eigentlich auch so stylisch ein portal setzen auf einer wand muss ich mal den nächsten testkammer ausprobieren portal setzen stylisch das also schön deckenden ladeschirmer ja die ein fps ladebildschirmer ja die ein fps ladebildschirmer aber du weißt ja augen können das menschliche augen kann ich schneller als eine frame pro sekunde schon mal die schick hast du nicht gerade noch gesagt du wolltest ausprobieren ja so machen wir auf jeden fall einen würfel kann ich es von hier aus ausprobieren hinten ist der würfel iguja wusch ja ok da vorne ist auch schon mal ein knopf der irgend ne plattform dort aus das ist ein batall oder den falsch lal weiß man nicht das haben wir hier naja Irgendwas zum Durchfliegen und rüber. Dann würde ich mir gegen eine Wand klatschen und eine Suppe landen. Ah, du müsstest dort vorne an den beiden Seiten Portale setzen, damit ich da durchfliege auf die andere Seite zu diesem Knopf. Und wo ist die andere Seite? Dort oben halt. Okay, muss ich schauen. Bei der Wischung. Ne, ich kann dir die zweite nicht. Die ist nicht in meinen ... Obwohl ich es nicht in meinen Sichtbereich... Ich kann dich zumindest mit meinen Portalen rumführen. Immer durch mein rotes Portal. Oh. Hey, Jerkin. Das sah interessant aus. Wie man das durch das Gelb-Portal neben dir. Gut. Jetzt kannst du das andere Portal setzen. Jetzt könnte ich nämlich da durchfliegen. Gut, dann flieg wie ein dicker Adler. Ich hoffe, das klappt. Wo bist du eigentlich? Ach so, da oben. Ich hoffe, das klappt, so wie ich es mir gerade ausdenke. Wenn nicht, müssen wir etwas anderes versuchen. Ne, ich bräuchte mehr Schwungen. Vielleicht hier? Gel wäre praktisch. Ja, das ist richtig. Oder müsste er irgendwie mit dem Katapulten arbeiten. Aber ich wüsste nicht wie. Ne, mit dem Katapulten kommen wir auch nicht da hin. Ja. Das ist doch perfekt. Im Springen einfach. Oh, falsches Portal. Ja, richtig. Ich warte mal hier irgendwo. Ich warte mal drauf zu checken, wenn ich mal was richtig mache. Moment, nein, ich komm... Ach, Denkfehler. Ich komme ja immer aus dem Teilen raus. Aus meinem raus. Kann man die Wand da oben irgendwie weg machen? Das sehe ich nicht bei dir. Die Wand, die Wand dort müsste da irgendwie weg, damit ich dort Portale eventuell setzen kann. Aber das klappt ja nicht. Da müssten wir uns mal was anderes überlegen. Okay. Weil die Katapulte sind ja nicht umsonst hier. Wahrscheinlich müssen wir irgendwas mit denen machen. Da ist aber nichts... Aber keine Wände im Weg. Ja, ist ja das Problem. Die sind zum Überqueren des Siehs. Die sind nur zum Überqueren des Gewässers. Naja, ich könnte ja versuchen. Ich müsste irgendwo in meinen... In eins meiner... Ah, das ist leider nicht weit genug. Das ist leider nicht weit genug. Ah, ich versuch mal mal. Wo ich geschleudert werde. So, vielleicht... Mal gucken. Einfach mal testen. Ich muss aber auf jeden Fall da raus. Autsch, 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 Autsch. Ja, da hinten weiße Fläche. Ich hab hier auch eine Fläche bei dem Kubus. Aber das nützt mir nichts. Ah, ich verstehe. Dann muss ich hier durch ein Portal. Ah. Jetzt verstehe ich, wie das funktionieren soll. Da sind oben und unten weiße Fläche. Ah, okay. Das hab ich nicht gesehen. Da muss man... Man kriegt aber nicht... Da hinten kein Portal gesetzt. Ähm, doch warte. Setz mal auf der schrägen Wand dein lila Portal. Ja, geh da durch und wenn du dann durch das helle Fels direkt wieder das... Obwohl das nie ist. Das hellblaue dann setzen. Okay. Okay, so wirst du auch gut kommen. Gut. Gut. Ich war gern Laborrate für checken. Oh, da musst du zwei Portal gesetzen, dann bin ich durchgekommen. Da musst du mir erst mal, wie ich vorhin, dir Dinge hin platzieren, damit ich... Ähm, nein, falsch. So, du kannst jetzt da oben, dann muss ich wieder... Ne, ich muss erst mal da vorne auf die Seite... ...machst du mich dort rüberholen. So, dann lau, Lina ist da. Ja, ich muss noch mal... ...dringen. Ja, viel Spaß, ne? So. Ich guck dir mit Tab zu. Geronimo. Ein wunderschöner Flug. Jetzt hat sich da eine weiße Fläche. Und die weiße Fläche kann ich erreichen, wenn ich dort beim Prubus bin. Bleib mal dort oben stehen. Okay. Kubus, Kubus, Kubus. Ich gehe jetzt zum Kubus. Kubus, Kubus, Kubus. Nee, das Portal muss ja ich setzen, weil ich es als einziger erreichen kann. Wo kommt das dann an? Ist über mir irgendwas mit einer Wand? Ich sehe da nichts mit einer Wand. Obwohl, ich kriege dann wahrscheinlich einen neuen... Gucken wir erstmal, wo der überhaupt hinfliegt. Ah, ja, ich verstehe. Muss ich dann im Flug? Ja, du musst im Flug. Schnappen. Okay. 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 Okay, ich muss erst den Kurs fallen lassen. Und dann springst du. Wollt. Ein Flugzimmer. Äh, warte. Countdown. Ich lasse am besten jetzt schon, du fliegst bei Go. Oh, nee, ist zu spät. Ich müsste, glaube ich, bei zwei oder eins fallen lassen schon. Ich muss ihn auf jeden Fall früher fallen lassen, als du losspringst. Okay. Ich hatte aber gesagt, du musst bei Go. Das war nicht mal Go. Papi, achte auf die Uhr. Oh, nee, okay. Zack. Hebe ihn auf. Warte nochmal. Ich konnte den Kubus nicht aufheben. Oh, warte, ich habe gerade keine Sicht. Ähm. Ähm, monitor rennt wie kurz aus. Okay. Ist nervig. Muss ständig neu kalibrieren. Einfach von der Hitze. Vielleicht ein bisschen was. Technik guckt ihre Probleme. Los, los, los. Ähm, ein bisschen spät. Ein bisschen zu früh hingelegt. Müsste ich wahrscheinlich auch bei Go fallen lassen. Äh. Oh, jetzt mit dem Kubus auf der andere Seite. Yay. Kubus, 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 Kubus. Dann verlier ich den Kubus. Dann müssen wir alles wieder mal haben. ... dieses Exponats in Rekordzeit entschlüsselt. Ich betrachte es als künstlerisch wertvoll. Okay. Ah. Ah. Schauschein, check on. Ich wollte gerade einen High-Five machen, aber du warst den Schritt weg. Ah. Eine Barriere war zwischen uns. Ja, eine Maus zwischen uns aufgebaut. Die uns auseinander treiben will. Eine Maus, glaube ich an. Mein was. Kiesel will uns also entzwein. Ah, wir haben eine kleine neidische Kiesel. Äh, vier vor neun. Was war das? So schnell? Was? Ja, wahrscheinlich, weil uns hier alles in die Luft fliegen wird. Also mit der Skammer. Wow, so viele tolle Wände hier. Ah, wieder hüpfen. Ja, weißt du, woran mich das erinnert? Das geht auch nicht. Kommt eigentlich auch so ein zeitgesteuertes Event wie bei Aperture Tech? Was für scheiße. Weiß ich nicht. Ja, wir brauchen mal Wauer. Wauer vor allem. Wauer. Was ist eine Wauer? Eine Mauer-Chicken. Auf der Mauer, auf der Lauer sitzt ein kleines Chicken. Das ist ein Wauer-Land-Mauer. Trotzdem schnell. So. So, und jetzt. Wo ist Chicken gehen? Auf der anderen Seite. So. Oh. Ich habe einen kurzen Augenblick Chicken verloren. Oh nein. Das ist ja klasse. Ja. Und nicht. Achso, du warst gerade bei irgendeiner Animation zu machen. Ja. Ich war schon weg. Jetzt weißt du, wie ich mich immer fühle. Ah. Ja. Ok. Ja. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!